Dieser Mann wird bedroht. Live Erik Holm, Bundestagsabgeordneter und AfD-Vorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern. Bedroht in einem Chat. Er liegt dem NDR vor. Unter dem Namen René Kruszewski, AfD-Kreisvorsitzender Vorpommern-Rügen. Hier zu lesen, Meister Holm und Lars, ab ins Gas. Verräter und Ratten gehören ausgemerzt. Ich brauche die Adresse von Holm. Es soll sich mal jemand um seine Fotze kümmern. Das Geilste wäre es, wenn man da zwei Bimbos rumschicken würde. Heil, Kruszewski, Heil. Es ist natürlich erschreckend, wenn man so etwas liest. Wenn dann auch noch die eigene Frau Bestandteil dieser Gewaltfantasien ist. Da fragt man sich schon, was sind das für Leute, die so etwas schreiben. Das ist ja nicht nur abstoßend, das ist ja auch kriminell, was da an Drohungen ausgestoßen wird. Das macht mich schon sehr betroffen. René Kruszewski, der AfD-Kreisvorsitzende Vorpommern-Rügen, spricht von einem manipulierten Chat, den er niemals verfasst habe. Eine Beteiligung an einem solchen Chat weist er weit von sich. Das lehne ich kategorisch ab. Ich habe auch sämtliche rechtliche Schritte dazu eingeleitet. Ich habe eine eitelstattliche Versicherung abgegeben. Ich habe Anzeigen erstattet. Ich habe durch eine Kanzlei eine Nebenklage eingereicht. Und des Weiteren habe ich dem Staatsschutz mein Handy sofort zur Auslesung gegeben, um diese Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Ich habe Strafantrag gestellt gegen René Kruszewski wegen dieser abstoßenden Chats, dieser kriminellen Chats, wie ich auch finde. Und ich hoffe, dass die Justiz hier klar und deutlich ermittelt. Und wir auch bald wissen werden, ob René Kruszewski tatsächlich diese Chats verfasst hat. Was bereits jetzt sicher ist, AfD-Chef Holm und der Kreisverband Vorpommern-Rügen, das sind keine Freunde, sondern politische Gegner. Feinde also unter dem gemeinsamen Dach der AfD. Was mich ärgert sind zum Beispiel, es ist ein allgemein bekannt, dass der Kreisverband Vorpommern-Rügen mit Herrn Holm gewisse Differenzen hat. Es wurden leider keine Gespräche oder die Gespräche von Herrn Holms abgelehnt, sich mit dem Kreisverband hinzusetzen, um diese Sachen aus dem Weg zu räumen. Im Gegenteil, es spitze sich immer weiter zu. Der AfD-Kreisverband Vorpommern-Rügen und AfD-Landeschef Leif-Erik Holm, die Hassparolen in einem Chat sind da nur ein Beleg für tiefe politische und persönliche Gegensätze.